Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das DAX-Sammelnüse für Dienstag, den 12.05. Und unser DAX ist hier ein bisschen von der Spur abgekommen. Er hätte auch deutlich weiter auf dem Weg bleiben können, weiterziehen können. Auch ihn hat sich ordentlich weggetrieben. Das kam jetzt nicht ganz so überraschend. Wenn wir uns zurückentzünden ans gestrige Video, ich weiß, ich war ein bisschen später dran, aber trotzdem durften eigentlich alle trotzdem noch rechtzeitig bekommen haben. Ich hatte ein bisschen Bedenken geäußert, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil ja die Stimmung am Freitag so negativ war und die jetzt aber alle rausfliegen oder aufgehört haben, auch mit Shorten. Und dass er durchaus nach unten ein bisschen abhauen könnte, halt auch, dass man da durchaus aufpassen sollte, wenn der anfängt wegzutreiben und wenn er nach unten drückt, gerade so nach, ja, also 9 bis 10 Uhr, so dazwischen, sollte man aufpassen, was danach dann passiert. Und wenn der dann abwärts treibt, haben wir gesagt, kann er durchaus auch tiefer drücken, ne, bis an die 37 hier unten ran, dann sollte er hier mal kurz reagieren. Und dann gegebenenfalls schon weiter, ja, weiter Richtung hier unten, das Gap, wenn wir jetzt schauen, wir sind hier nicht ganz genau auf der 37 gewesen, das muss man jetzt nicht zu doll in die Luft heben, weil der war nicht dran, ist aber dann hier unten auf jeden Fall in dem Bereich schön wieder hochgedreht. So, damit ist das Tor, ist oben quasi eine Schwächeerscheinung, also eine Bewegungsschwäche in der Aufwärtsbewegung, die ist damit erstmal unterbrochen, deutlich unterbrochen sogar auch, da wir noch nicht merklich unter dieses Hoch zurück sind, würde ich sagen, hat er noch nicht komplett abgeschlossen. Also es kann sogar sein, dass er sich oben raus dringt, aber das glaube ich nicht. Ich denke, der geht jetzt nochmal runter zum Dienstag. Und ich glaube, wir kriegen jetzt sogar mal eine Kehrt rein. Wir haben jetzt eigentlich nahezu immer Aufwärtsgeps gehabt, mit einer einzigsten Ausnahme. Aber die letzten Tage gab es eigentlich immer Aufwärtsgeps. Also die letzten Gaps waren alle Aufwärtsgeps, die kamen. Das war ein Aufwärtsgep, das war ein Aufwärtsgep, das war ein Aufwärtsgep, das war ein Aufwärtsgep, und das war auch ein Aufwärtsgep. Also ich glaube, sechs oder sieben Aufwärtsgeps hintereinander. Ich denke, jetzt kommt ein Abwärtsgep, und ich denke, er drückt sich hier nochmal unten an die 37 ran. Das heißt, das würde ich jetzt hier erstmal ausklammern, und ich denke, wir gehen dann hier tiefer. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Bereich um 6,65 erstmal reagieren, dass wir den anlaufen, und dann muss ich zeigen, entweder er nimmt es an, und er dreht sich hier komplett wieder hoch, zügig. Mittag, Mittag in eine kleine Erholung rein, Vormittag eben nach unten anschlagen, Mittag in eine kleine Erholung rein, und wenn er das durchgehalten kriegt, wenn er das über die Amerikaner 14,30, 15,30 gestanden kriegt, und dann nach weiter hochschieben kann, dann geht er oben raus. Dann geht er uns auch nochmal auf ein neues hoch. Aber wenn er dann auch noch zum Nachmittag Feuer kriegt, wenn auch die Amerikaner noch anfangen zu verkaufen, die ja eigentlich eher mehr die Kauftypen sind, dann wird es kritisch im DAX, weil dann kann es ihn wirklich nach unten hier deutlich weglädern. Und dann, da geht man wirklich dann über Bereiche um 5,70 schon, wenn nicht vielleicht sogar noch tiefer. Da können wir wirklich hier dann, ich brauche noch ein Pfeil dazwischen, aber da können wir wirklich dann hier so über Bereiche um, ja, 4,70, 5,30, 5,30, 4,70, aber das geht dann weiter. Der kann sich dann hier gut nur nach unten Bewegungsplatz machen. Letztendlich, letztendlich erstmal unbegrenzt sogar. Ich würde ihn auch gar nicht begrenzen wollen auf der Oberseite, in dem Moment, wo er uns hier unten abhaut. Jetzt muss ich aber mal einen Pfeil reinmachen, dass das hier vollständig ist. Also das wäre jetzt erstmal meine Erwartungshaltung für den Dienstag. Ich muss schon sagen, eher negativ. Das Auftreten, er ist weit gekommen, aber er hat auch an der 900 ganz schön Zahn rausgezogen gekriegt. Und damit ist die Erholung schon abgewürgt worden, nachdem hier eine letzte Hochfolge abgewürgt wurde. Es wäre halt auch eine schöne Ausgangslage, um mal wirklich wegzukippen. Also das ist im Grunde meine Erwartungshaltung. Dax ein bisschen tiefer, nochmal an die 37 dran, nochmal ein bisschen in die Erholung rein, dann Abschuss zum Nachmittag mit den Amerikanern, wenn er das macht. Sollte aber höher gehen, naja, dann können wir hier, können wir den eigentlich mitnehmen. Können wir schon so sagen, oberhalb von 39 muss man eigentlich davon ausgehen, dass der hier wieder hoch an die 11.45 läuft. Und Richtung, ach, machen wir gleich weg. Was soll der Schmuh? Und höher, oben raus, weiter, 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 Richtung 11.045, 11.100, 11.200. Ja, soweit die Oberseite. Das heißt, da muss er nicht viel machen, er muss bloß halt das jetzt, das Abwärtsgap verhindern. Wenn er das Abwärtsgap verhindert, hat er eigentlich schon die halbe Miete. Dann hat er eigentlich schon fast alles gekonnt. Na, wenn er sich über 9.20, 9.30 wieder hebt, also ich, also, ja, also was soll noch kommen, dass er dann fällt halt, ne? Deswegen wird er dann wahrscheinlich oben durchlaufen. Ran an die 11.20, sieht ja interessant aus, 11.20 bis 11.45. Na, aber der wird dann, der wird dann weitergehen. Er wird dann auch weitergehen, er wird dann auch auf 11.100 und 11.200 und ich, ich denke sogar, dass, wenn er dann durchzieht, ach, der geht auch höher, der geht auch höher, der geht noch höher. Der geht dann hier über das Hoch drüber. Ja, gut. Aber favorisieren würde ich tatsächlich das abkippen. Ähm, das würde jetzt, das würde gut reinpassen. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Bloß mal gucken, dass ich mir meine Pfeile, will er nicht. Ein bisschen reinzoomen. Ja, also das wäre tatsächlich die Erwartungshaltung. Wichtig ist, wie, wie die Amerikaner machen. Also, könnte mir das gut vorstellen, dass die Europäer früh das hinkriegen, den zu verkaufen. Das haben sie am Tag vorher jetzt auch schon hingekriegt. Ne? Und, äh, dann ein bisschen Stabilisierung in die Amerikaner rein und dann muss ich entscheiden, ne? Entweder die drücken den durch und dann reden wir hier wirklich um den Bereich um 5,70, 600, eher dann sogar schon 5,45. Die 6,65 wird wichtig und die 5,45 wichtig. Das sind für mich die zwei wichtigsten Marken unten. 6,65 und die 5,45. 6,65 vielleicht sogar zum Morgen möglich, aber da müsste er schon sehr schwach reinkommen. Da müsste er unter 10,8, ich sag mal 20 eröffnen. Wenn der unter 10,8, 20 eröffnet, dann schafft er, dann schafft er auch die 10,6,65 bis 11,30. So, das würde passen. Ne? Dann ein bisschen hochlaufen und runter. Gut. Damit haben wir das zu. Hier, das können wir mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn es unser DAX hier runterreißt, den können wir sogar hochziehen, unseren Short Trigger, und können auch sagen, alles, was so unter 10,4,30 geht, ist Akutwarnung, Beschleunigungsgefahr, kann der DAX dann schnell durchziehen bis 10,100 und 10,060. Ja, auch mit Blick auf Monatschart, wir haben ja immer noch Mai. Da haben wir mal ganz am Anfang von Mai was gesagt, was da für die Monatskerze interessant ist. Das ist immer wieder aktuell. Das geht nicht weg. Solange der Monat noch Mai heißt. Können Sie das immer im Hinterkopf behalten. Ich werde es aber die nächsten Tage nicht mehr betonen. Na ja, machen Sie sich einen Zettel. Das sind Sachen, die muss man auch mal stillschweigend einfach genießen, wenn das dann kommt. Und das auch für sich selber nutzen. Man kann nicht immer alles kostenlos mitgeben. Na, ich glaube, ich glaube, ich gebe schon viel Preis, aber ich werde das nicht besonders betonen. Also, ich sage Ihnen das vorher, und Sie können dann da gerne mitmachen, aber da will ich mir selber auch was rausbeißen, was Großes. Ich habe Ihnen das, ich habe das vor ein paar Videos immer mal wieder erzählt da, wo wir auf Monatschart drauf geguckt haben. Obwohl, ich werde es dann die nächsten Tage nicht mehr sagen. Ähm, zumindest nicht so explizit betonen. Wir werden deswegen auf der Unterebene trotzdem auf das gleiche Ergebnis kommen mit der Analyse halt. Na, das wird nichts anderes sein. Ja. Okay. So, also, 6,65 ist die, 6,65 und 5,45 sind die wichtigsten Marken auf der Unterseite und oben kann man sagen, die 9,30. Darüber ist er positiv. Damit kann man zwei Stunden Chart zumachen. Mehr gibt es hier nicht zu erzählen. Tagesschart, ähm, ja. Ja, pff, das ist so, ah, ich weiß nicht, der macht momentan nicht viel Spaß. Der Tag so irgendwie, das ist, das ist irgendwie behindert. Ich weiß es nicht. finde ich nicht so schick von ihm. Die Bewegung, dass auch heute, dass er wieder so weit zurücklaufen muss, hm, das ist, das ist halt nicht wirklich ein klarer Trend dann in dem Sinne. Es ist mehr so Schiebe, Gerucke, äh, man kann sich auch nicht so richtig auf die hohen Tieffolgen verlassen. Das ist schon ein bisschen eher anstrengend, was der Gute macht. Und das ja schon letztendlich seit fast Mitte April, dass wir so einen, so einen Gewürge eigentlich sehen und einen, 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 einen Gedränge. Und man guckt, wie schön der vorher getrennete ist, ist das eigentlich schon eher ein Warnsignal, dass der nach oben nicht so, gucken Sie sich mal Nasdaq an. Machen Sie sich mal einen Spaß. US Take 100 oder Nasdaq oder wie auch immer der bei Ihnen heißt, gucken Sie sich den mal an. Der steht fast am Allzeithoch und jetzt gucken Sie mal den DAX an. Da können wir noch eine ganze Weile scrollen, bis wir am Allzeithoch sind. Der steht hier noch immer unter der 11.000. Der hätte auch schon bei 12.800 stehen können, der DAX. Na, also, eine V-förmige Erholung ist das nicht und das spricht eigentlich dafür, dass wir dann schon noch irgendwann unsere zweite Welle kriegen nach unten, ne, aber dafür hat er Zeit und die nimmt, die scheint es sich echt zu nehmen, bis hier keiner mehr Bock hat, schau zu gehen, weil es immer wieder hochkommt, ne. Wir gucken mal. Der ist noch auf Kurs, ich brauche hier nichts anpassen. Wir haben auch oben die 200-Tage-Linien immer ein bisschen im Sinn. Wir sehen auch, dass die fallen, das ist auch wichtig, analyse-seitig das wichtig, das auch ein bisschen im Fokus zu haben, dass die 200-Tage-Linien fallen, ne. Trendseitig immer was, was viele Analysten sich auch noch angucken, auch hier das Kreuzen, sehr, sehr, sehr wichtig. Das sind nämlich mittelfristige Signale, die sowas auch ausbaut, ne. Also, deswegen, ich denke schon, dass wir hier noch mal was reinkriegen, aber das kann, da kann er sich locker, locker noch vier Wochen für Zeit nehmen, ne. Also, da bleibe ich weiterhin auch bei meiner Meinung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er vorzeitig mal ein bisschen hier aus der Soße kommt, aber das kann durchaus noch diese ganze Homeoffice-Phase durchdauern, ne. Und Sie sehen hier genau, wo das losging, dass die ganzen privaten Anleger hier den ganzen Tag Zeit haben, mit Optionsscheinen, Hebelprodukten drinnen rumzufuchteln, seitdem geht hier gar nichts mehr, ne. Also, das ist schon auch auffällig, das muss man, muss man ja auch so sagen. Es wirkt so ein bisschen wie als Erwirken hier gerade alle den Markt, weil sie viel zu viel drinnen rumfummeln. Und sobald das aber wieder aufhört, sobald hier dann auch wieder der Fokus weggeht, ein bisschen aus dem Markt, die Aufmerksamkeit rausgeht, die Leute nicht mehr alle an die zweite Abwärtswelle glauben, ne, dann, dann, dann können sich auch wieder schöne Trennströmungen zeigen. Momentan ist davon leider nichts zu sehen, gar nichts. Das ist weiterhin so ein Geschiebe, wie wir hier die ganze Zeit haben. Ne, deswegen ein bisschen noch gedulden, Trockenpulver, äh, Trockenpulverhalten, sag ich, ne. Das Pulvertrockenhalten, dass sie auch im Juni, wenn es dann irgendwann fällt, noch in der Lage sind, am Short zu profitieren und nicht das ganze Konto schon gegrillt haben, ne. Jetzt stellen sie es vor, sie sind im Crash und verlieren die ganze Zeit auf dem Short und dann fällt der Markt tatsächlich noch runter auf 6.000 und sie haben gar kein Geld mehr, um zu shorten. Da sollte man schon ein bisschen aufpassen, ne. Also, das wäre sonst, das wäre sonst wirklich nicht, eigentlich nicht witzig, ne. Aber es wäre halt blöd. Zumal wir auch immer wieder gesagt haben, dass diese langen Erholungsbewegungen mehrere Wochen andauern können, gar mehrere Monate andauern können, selbst wenn es tatsächlich ein mehrjähriger Crash wird. sowas immer wieder von teilweise bis zu 6 Monaten Gegenbewegungen unterbrochen. Ne, und das muss man immer mit rechnen. Aber ich finde, der ist noch auf Kurs, mir gefällt auch, wie der bremst, ne. Also, wie er sich abflacht, wie er eben kein V nach oben schlägt, wie so, wie das ein Nasstag zum Beispiel macht. Und, ja, also ich glaube, hier brauchen wir jetzt erstmal die nächsten 2, 3, 4 Tage auch nicht drauf gucken. Wir gucken jetzt mal untergeordnet uns den Dienstag an, ob der schwach oder stark ist. Also ich denke, wenn er sich stark zeigt, wenn er über 39 geht, gehe ich fest davon aus, dass wir auch über die 11.300 nochmal drüber gucken. Vielleicht mal an die 11.400 da oben dran schlagen, an die, an die Punkte hier. Und, äh, wenn, wenn er abdreht, wenn er Schwäche zeigt, laufen lassen. Also ich glaube, dem muss man dann wirklich ein bisschen Raum geben. Ne, der wird sich an der Bewegung hier orientieren. Und die gibt, die gibt durchaus bis in den Raum hier Spielraum. Guck mal, krieg mal hin. Ich wünsche Ihnen was. Viel Erfolg. Lassen Sie sich hier von Ihnen nicht nötigen. Bleiben Sie immer ruhig und geduldig. Sie verpassen ja auch nichts. Sie wirken sich jeden Tag. Können Sie immer was rausholen. Ähm, lieber nichts verloren. Oder? Lieber nichts gemacht, als zu viel verloren. so rum. Okay, ich mache aus. Wünsche Ihnen was. Viel Erfolg. Tschö. 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 Vielen Dank.